Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist Winter, Schnee und Eis auf Straßen und Wegen. Was empfehlen Sie als Fachmann, dem Fahrradfahrer, der sicher durch diese Jahreszeit kommt? Also als erstes eine funktionierende gute Beleuchtung. War am Einstieg natürlich, ist klar, weil mit eingefrorenen Fingern, Bremsen, funktioniert auch nicht so gut. Und was bei Glatteis eine gute Idee ist, ein guter Winterreifen. Also jetzt nimmt er auf. Du zeigst es so ein bisschen, genau, die Spikes. Man kann mit diesem Reifen praktisch auf Glatteis fast wie auf normaler Straße fahren. Das heißt, Sie würden diesen Reifen auch zum Normalstraßen, Trockenstraßenfahren empfehlen? Man muss den nicht gleich runternehmen. Man muss ihn nicht runternehmen, also empfehlen würde ich dafür jetzt nicht. Der rollt schon etwas schwerer, also allein durch die Spikes halt. Und die können auch verloren gehen, ja. Aber für den Winter die erste Wahl? Für den Winter wäre es eigentlich die erste Wahl. Selbst Sicherheit. Ja, also solange Schnee und Eis nicht vorhanden sind, kann man davon absehen. Also die Erfahrung musste ich selber mal machen, unbedacht um der Ecke gefahren. War spiegelgelatt, ich habe da gelegen. Ich habe drei Tage gehumpelt, alles war blau. Damit wäre das nicht passiert. Das wäre mit dem nicht passiert. Das wäre mit dem nicht passiert. Das wäre mit dem nicht passiert.